Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Automobilista in der Version 1.2. Ja, heute wird es mal richtig dreckig, denn die Jungs von Racer Studios haben uns mit der Formula Dirt Series und einer dazugehörigen Rennstrecke ein richtig großzügiges Weihnachtsgeschenk beschert. Ich finde es absolut geil, dass es heute noch Entwickler gibt, die an solchen Ereignissen oder zu solchen Anlässen einfach Content für lau raushauen, vollkommen umsonst gab es hier die Formula Dirt Series und auch richtig geheimnisvoll, passend zur Weihnachtszeit, vor ein paar Tagen wurde im Jahresrückblick ein kleines Bildchen gepostet und dazu geschrieben, ja man möge doch mal sich Gedanken machen, um was es sich hier handeln könnte. Ein paar findige Leute sind auch relativ schnell drauf gekommen, dass es hier um die brasilianische Autocross-Klasse geht und ja, bei Automobilista darf die halt nicht so heißen, wahrscheinlich aus Lizenzgründen und deswegen haben wir es hier mit der Formula Dirt Series zu tun und ja, die Dinger gehen schon richtig dreckig ab, ich konnte es vorher schon ein bisschen antesten muss ja gucken, dass ich alles gut vorbereite für euch und ja, wir haben es hier mit einem kleinen Dreckkäfer zu tun und das sage ich deswegen, weil hier ein VW Beetle Motor verbaut ist mit 1,6 Litern Hubraum und mit 120 PS Leistung, die an der Hinterachse anliegen und bei Razer Studios ist es so oder bei Automobilista, dass die Leistung, die hier angegeben ist die tatsächliche Leistung ist, die an der Achse ankommt bei anderen Rennspielen ist es so, dass da ein anderer Wert oder ein höherer Wert stehen würde was die Leistung anbelangt und das ist dann einfach die Leistung, die der Motor imstande ist zu generieren so, hätte man das auch mal geklärt wir haben ein Viergang Schaltgetriebe ich freue mich schon drauf, wieder mit H-Schalter und mit Kupplung fahren zu können und bei 700 Kilogramm Gewicht werden die 120 PS auch ganz schön für Spaß sorgen das kennen wir ja schon vom MCR Race Car es müssen nicht immer die brachialen Leistungsdaten sein es kann auch einfach mal ein bisschen weniger sein und ja, vor allem auf Matsch oder Schotter oder was auch immer auf einer losen Oberfläche sollte das alles sehr, sehr viel Spaß machen ich würde sagen, wir gucken uns kurz an, was ich vorbereitet habe und dann geht es auch gleich schon in ein kleines Rennen ja, hier zirkelt unser Formula Dirt Rennwagen, was auch immer und hier gibt es die neue Strecke die ist nur 750 Meter lang hat es aber in sich wir haben hier zwar eine ewig lange Start- und Zielgerade und auch hier wieder ein richtig langes, gerades Stück aber hier hinten wird es dann richtig, richtig eklig viele enge Kurven, bei denen man früh bremsen muss und viel mit dem Gas spielen muss da ich echt noch schlecht bin beim Fahren habe ich die KI hier mal auf 90% gestellt ansonsten würde mir die total wegfahren und ja, ich habe jetzt das so gemacht dass wir einen schnellen rollenden Start machen ohne Qualifikation ich starte einfach von ganz hinten und gucke mal, wie ich mich so schlage also vorher beim Ausprobieren bin ich gegen eine 95er KI gefahren und habe da ziemlich krass abgestunken und ich denke mal, mit einer 90er KI und bei einem rollenden Start sollte es jetzt passen falls ihr irgendwie noch Fragen habt falls ich jetzt was vergessen habe zu sagen dann schreibt es einfach in die Kommentare und fragt danach ich würde sagen, ich klicke jetzt hier einfach weiter und wir sehen uns im Rennen wieder bis gleich wie gut, dass es Ladebildschirme gibt mir ist doch noch was aufgefallen oder eingefallen und zwar handelt es sich um das Force Feedback beziehungsweise die Force Feedback Stärke beim G27 normalerweise bin ich bei minus 80% Force Feedback Stärke heute musste ich aber bei der Formula Dirt Series auf minus 45 zurück es hat folgenden Grund mein G27 hat vorher gerattert wie verrückt der ganze Bildschirm hat gewackelt hier und ich hatte echt Angst dass es jetzt gleich verreckt und den Geist aufgibt das G27 ich habe da ein bisschen gelesen im Forum und der Renato weiß auch schon Bescheid über das Problem und versucht es in den Griff zu bekommen und solange es da noch keinen Fix gibt ich denke der Fix wird in ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar auch schon in ein paar Tagen da sein schraube ich einfach die Stärke hier zurück ich habe vorher mit anderen Fahrzeugen getestet alle anderen Serien sind nicht davon betroffen oder Fahrzeugklassen da kann ich wieder meinen Wert auf minus 80 stellen nur wenn ich mit der Formula Dirt Series unterwegs bin sollte ich den Wert hier reduzieren damit sich mein G27 nicht in Wohlgefallen auflöst das Problem gab es schon mal vor mehreren Monaten mit dem Mitsubishi Rallycross da habe ich dann ein bisschen an der Real Feel Inni Datei im Hauptmenü Ordner von Automobilista rumgespielt also da gibt es nochmal für jedes Fahrzeug bestimmte Werte an denen kann man auch umschrauben so könnte man beispielsweise diese Rüttel-Effekte eliminieren aber gleichzeitig die Stärke beibehalten beispielsweise also dass ich ein sehr starkes oder straffes Rückstellmoment habe und gleichzeitig eben diese Rüttel-Effekte ausschalte ja das habe ich jetzt noch gar nicht versucht und möchte ich auch gar nicht wenn jetzt Razer Studios morgen schon fix raushaut dann war meine Arbeit umsonst weil es dauert ein Weilchen bis man da mit den Werten bis man sich da auskennt deswegen einfach bei einem G27 wenn ihr das Rütteln habt einfach Force Feedback Stärke rausnehmen wenn ihr mit den Formula Dirts unterwegs seid und dann sollte alles passen wir gucken uns kurz das Setup noch an hier muss man auf jeden Fall ein bisschen Sprit rausnehmen Moment, 5 Runden sind es also machen wir lieber 8 dass das passt Bremsdruck lasse ich jetzt einfach so weil wir auf einer losen Oberfläche unterwegs sind Gänge Übersetzung habe ich Getriebe Übersetzung habe ich ausprobiert vor allem Test Modus und bin zu dem Schluss gekommen dass ich die lieber so lasse wenn ich das Getriebe Kürze übersetze oder die Gänge Kürze übersetze dann habe ich das Problem dass im ersten und zweiten Gang immer die Räder durchdrehen und ich das nicht in den Griff bekomme vielleicht auch aufgrund des fehlenden Force Feedbacks ich habe keine Ahnung auf jeden Fall liegt mir das absolut nicht wenn ich hier mit einer kürzeren Übersetzung unterwegs bin ja an der Federung oder ja an der Aufhängung werde ich überhaupt nichts ändern da ich mit der Formula Dirt Series überhaupt keine Erfahrung habe und nicht weiß inwiefern das Fahrverhalten durch die Veränderung dieser Werte hier beeinflusst wird so nicht erschrecken wenn ich jetzt gleich auf den Pfeil klicke es geht dann gleich brachial los wir haben schnell rollender Start gewählt und da habe ich mich vorher ein bisschen erschreckt denn schnell rollend heißt es geht gleich voll in die Action rein so habe ich zu viel versprochen jetzt habe ich schon die Kontrolle hier und die fünf Runden starten ich weiß gar nicht ob ich zwischengasen muss ich kann es mir vorstellen also es fliegt sich auf jeden Fall richtig an jetzt bitte nicht einfädeln hier ja und ihr seht es ist richtig richtig dreckig hier jetzt könnte ich mich ja aber ganz schön nach vorne ähm genau nach vorne entschieden wollte ich schon sagen nee konnte ich gar nicht jetzt muss ich gucken dass ich hier einen Anschluss wieder finde und irgendwie ist der dritte Gang vom zweiten weit 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 entfernt ich hoffe ihr hört das Rütteln nicht es rüttelt jetzt doch noch ein bisschen stärker vom Gefühl her ja kann ich gar nicht so viel Rückmeldung geben vom Fun Factor ist richtig richtig geil also war eine tolle Idee ein tolles Weihnachtsgeschenk von Razer Studios ich habe hier irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm wo mein Formula Dirt Vehicle aufhört vorne ich fahre hier mit dem Standard Field of View übrigens von Razer Studios von Automobilista ja und was halt richtig geil ist dass einem die ganze Zeit dieser Staub ins Gesicht schlägt das war eigentlich meine Idee hier außen anzufahren später Scheitelpunkt und dann hier vorbeizugehen wollte der KI-Bursche einfach meine Idee hier klauen so nicht die Kurve ist so mies vor allem muss man hier gut rauskommen hat jetzt mal geklappt normalerweise oder beim Testen vorher ist mir die KI hier immer ganz krass weggezogen aber ja gut jetzt steht sie auch ein bisschen niedriger hier dagegen ist sie total schlecht also hier kann man ruhig nach außen bleiben und dann hier schön angreifen und dann hier ja geht natürlich noch besser aber ihr habt es gesehen die KI ist hier noch nicht so dominant unterwegs beziehungsweise fährt die unkonstant ja und vom zweiten dritten ist echt mies da geht dann die Drehzahl so abartig in Keller dass der dritte Gang nichts mehr reißt ich weiß nicht wie ich das anders in den Griff bekomme die kürzeren Übersetzungen wie gerade eben schon gesagt die hatten eigentlich nur zur Folge dass die ersten beiden Gänge irgendwie krasse übersetzt waren also so hat es sich angefühlt boah hier bremsen so früh ich bin voll der wie sagt man Berserker sagt man das so Berserker vielleicht so muss man nachgucken wie man das so ausspricht und schreit und so weiter und so fort auf jeden Fall bin ich voll gewalttätig unterwegs ich rambe hier gerade die ganze Zeit aber die bremsen echt äh ok das war jetzt nicht beim bremsen es war reingelenkt in die KI ähm aber die machen komische Sachen hier teilweise weißt du ja und die KI die kommt hier einfach besser weg die hat es mit dem Schalten besser drauf und dem Ausbeschleunigen die KI ist hier einfach king und ich weiß nicht ob hier Driften wirklich sinnvoll ist also bei den bei der na Rallye Cross Series da ist ganz gut mit dem Mitsubishi bisschen rum zu driften hilft manchmal und da weiß ich jetzt eben nicht ob ähm wenn die Drehzahl so hoch geht ob es an den durchdrehenden Rädern liegt oder daran dass ich dass ich wirklich die Leistung auf den Boden bekomme aber vielleicht ist das der Reiz hier dieser Dirt Series Nein, nein, nein sorry jetzt wollte ich hier schön Ken Block mäßig den vernaschen auf der Innenseite aber wieder mein mein Kart wollte ich schon sagen mein Strand war die nicht richtig eingeschätzt sorry Junge wer ist das Martins D. Martins Nein, 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 nein komm jetzt wollte ich auch wieder schön hier rumdriften aber hat alles nur Zeit gekostet zu weit außen komm 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 und ich habe hier das Gaspedal ich habe es glaube ich also manchmal drücke ich es durch aber die meiste Zeit ist so auf einer Dreiviertelstellung wo ist er weg ist er sehr gut und letzte Runde da kam vorher wieder die Meldung manchmal sieht man das eigentlich da ist man einfach blind für alle anderen Sachen wenn man hier fährt so wie mit den mit Wortfindungsschwörungen mit denen man hier kämpfen muss man guckt sich dann das Video im Nachhinein an und denkt sich oh Mann nein wieder wollte ich zu cool hier sein ja macht auf jeden Fall Laune hier jetzt hat es besser geklappt tut mir leid dass ich jetzt so so wie ja das Rennen hier dominiert habe das liegt mir eigentlich immer fern so da ist es zu Ende achso bei Automobilist da wird man ja nicht automatisch in die Box geleitet da kann man ja noch stundenlang weiterfahren ich dachte jetzt kommt gleich so ein schwarzer Bildschirm und blendet mich aus was ist euer Eindruck ich finde es also ich finde es richtig geil um Spaß zu haben ich weiß nicht ob ich so als ehrliche Rennserie ob ich jetzt eine Meisterschaft darin fahren würde wahrscheinlich eher nicht wenn ich Bock habe irgendwann mal so ein bisschen am Abend noch so rum zu cruisen und Spaß zu haben auch gerade mit Unfällen und so wie jetzt hier also es gab viel Kontakt und das Auto wird nicht wirklich beschädigt oder dieses Autocross Dingens hier dann eignet sich das ganz hervorragend aber so als wirklich richtiges ernstzunehmendes ja Rennklassen Event ja weiß ich auch nicht also keine Ahnung ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben was ihr davon haltet wenn ihr es schon ausprobiert habt oder wie ihr es so findet von dem was ich jetzt gezeigt habe wie gesagt zum Force Feedback konnte ich jetzt nicht viel sagen ich warte einfach auf den Fix von Racer und ansonsten ihr habt gesehen die KI war jetzt auf 90% gestellt ich bräuchte vielleicht noch mal so einen Zwischenwert zwischen 90% und 95% dann wäre es vielleicht ein interessanteres Rennen ja aber ansonsten macht auf jeden Fall Laune sieht geil aus die Strecke ist auch cool die werde ich auf jeden Fall noch mit den Mitsubishis antesten vielleicht sogar mit den Super Trucks mal gucken ob die auf so einem Untergrund auch zurecht kommen in Automobilista ist grundsätzlich alles möglich wenn man auf All Trucks und All Cars geht von daher da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt ähm ich sag vielen Dank fürs Zusehen ähm tut mir leid dass es heute ein bisschen verplantes Video war aber das bringt glaube ich diese Rennklasse so mit sich ähm dreckig wurde es auf jeden Fall wir können ja mal hier rausgucken ob wir Dreck angenommen haben ne sieht nicht so aus ich glaube die Lackierung ist standardmäßig so äh standardmäßig so aber naja gut es war auf jeden Fall dreckig von meiner Fahrweise her das äh die Prämisse habe ich auf jeden Fall erfüllt und ja ich sag vielen Dank fürs Zusehen zum Abschluss gibt es noch ein bisschen Sound von außen wenn es klappt ja reißt einen jetzt nicht so vom Hock aber ähm ich werde auf jeden Fall noch was von der Wiederholung ranpacken da hört man es dann auch also vielen Dank fürs Zusehen ähm weiterhin schöne Zeit und ähm guten Rutsch nochmals falls man sich nicht mehr hört sieht wie auch immer ähm bis zum nächsten Mal mich würde es freuen wenn du oder wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet viele liebe Grüße von mir und auf Wiedersehen Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020